Was Wins Kalender? Türchen Nummer 1 Ne, was soll man sagen? Wir können erst mal erzählen, worum es geht, oder? Genau. Magst du erzählen? Ja, also ein unglaublich talentierter Regisseur wacht eines Morgens auf und ist blind. Kein richtiger Auslöser. Er geht zum Arzt, der Arzt sagt, ja, kann ja mal passieren. Und weil er so frustriert ist, dass er halt jetzt als Regisseur blind ist und nicht richtig arbeiten kann, ähm, ja, brennt er, ja, ja. Plot twist! Ja. 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 Ja.